Musik Schon lange wollte ich nach Innsbruck und den berühmten bunten Häusern. Gerne zeige ich dir ein paar Eindrücke der malerischen Stadt in den Alpen, die einfach Lebensfreude versprüht. Musik Das kinderfreundliche Hotel Harry's Home stelle ich euch auf meinem Blog www.elesheba.de noch näher vor. Den Beitrag, den verlinke ich euch unter diesem Video hier. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020